Erste Bix nach Geburt, Travis und Külje gönnen sich Datenneid. Welch seltener Anblick! Anfang Februar ließ Külje jener, 20, die Barbie-Bombe endlich platzen, nachdem monatelang nur über eine Schwangerschaft des Kardashian-Küktens spekuliert werden konnte, offenbarte das Reality-Sternchen, dass ihr erstes Kind mit Travis Scott, 25, das Licht der Welt erblickte. Auf Auftritte der frischgebackenen Eltern wartete man seither aber vergeblich. Jetzt würden die Turteltauben endlich wieder gemeinsam bei einem süßen Date gesportet. Und gönnten sich am Samstag Nachmittag ein wenig Barbie-Freizeit. Paparazzi des Magazins DMZ erwischten das Duo in trauter Zweisamkeit beim Verlassen des angesagten Restaurants Nobo in Malibu im US-Staat Kalifornien. Auf die Fragen der Reporter zum Töchterchen Stummi hatten die beiden jedoch anscheinend nicht sonderlich viel Lust. Lieber stiegen sie nach ihrem Land-Staat auf direkten Wege in einen schicken, schwarzen La-Ferrari-Sportwagen und bretterten davon. Auch wenn es nur ein kurzes Vergnügen mit der Öffentlichkeit war, damit dürften und der Rapper die anhaltenden Trennungsgerüchte wohl vorerst einfach weggedatet haben. Immer wieder wurde in der Vergangenheit gemunkelt, dass es beim Pärchen kriseln soll. Denn auch schon vor den Schwangerneves galten Papiks eher als Rarität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017